Wir bauen einen Handyspektrometer und da wird erst dieser Teil hier mal ausgeschnitten, auch diese beiden Dinge. Ich habe auch die Löcher ausgeschnitten und die beiden kann man nachher benutzen, um diesen Spalt enger zu machen, aber das machen wir erst am Schluss. Und als nächstes ein Trick mit Lineal, wenn ich mit der Schere hier so entlang kratze, nicht schneide, sondern kratze, dann kann ich die Kanten schöner falten. Dann ist es gerad. Also vorsichtig alle Kanten erstmal vorkratzen und dann machen. Wenn ich das so anschaue, das Weiß ist viel zu hell. Das muss wirklich dunkler werden. Also entweder irgendeine matte Farbe, Tonpapier. Ich habe es jetzt hier mit schwarzem Papier versucht und mit Papier so reingeklebt und so. Weiß ist schlecht, klappt gar nicht. Jetzt dann zusammenkleben mit Kleber und Tesa und so weiter. Und ich brauche dieses Gitter. Das ist ein optisches Gitter. Ich habe es von Astromedia und dann passt. So. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Also man kann jetzt hier sich... Man kann jetzt falsch reinkleben. Also man kann... 90 Grad gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Also das muss man sich so als Gitter vorstellen. So. Und das kann man entweder so oder so einbauen. Und deswegen nicht kleben, sondern erst testen und dann erst festkleben. Beim Testen, das geht so. Also hier ist das Licht. Zum Beispiel die Glühlampe, die geht hier rein. Und hier schaue ich erstmal. Kein Handy, sondern ich gucke rein. Aber ich gucke nicht da so zum Licht, sondern ich gucke in die Richtung. So. Da bin ich. Ich schaue in diese Richtung. Weil das Licht... Dieses Licht ist langweilig. Das ist einfach nur weißes Licht. Aber wenn ich in diese Richtung schaue, dann will ich hier so ein Regenbogenspektrum sehen. Also irgendwas Rotes und... Ist sogar anders. Das hier ist das Blaue und da ist das Rote und so weiter und so weiter. Und dazwischen ist Gelb und so. So. Genau. Und wenn ich das richtig sehe, dann habe ich das Gitter richtig eingebaut. Und wenn ich nichts sehe, dann muss ich es um 90 Grad drehen und erst dann festkleben mit Tesa und so. Nachdem es funktioniert, kann man das hier so am Handy schon mal positionieren und ausprobieren. Und dann schauen, ob man das, was man sieht, auch fotografieren kann. Und dann habe ich hier mal so ein schönes Regenbogenspektrum. Und sehe, da hätte ich es auch noch dunkler machen sollen. Das stört einfach. Und hier glänzt es. Das werde ich beim nächsten Mal besser machen. Und das ist eine andere Lampe. Da gibt es so Lücken zwischen den Farben. Und genau das ist spannend. Also das sind so die verschiedenen Spektren. Hier ist die Originalseite. Und wenn man dann Zeit und Lust hat, kann man diesen Fuß auch noch bauen. Und dann kann man das passend zum Handy immer schön reinstellen. Und weitere Aufnahmen machen. Und den Link zu der Originalseite, den mache ich unten ins Video rein.